Für die Regierung zu arbeiten wird nicht unbedingt leicht sein und bei einer Staatsanwaltschaft wahrscheinlich genauso wenig, besonders wenn man als Staatsanwalt gegen einen großen Big Player der Pharmaindustrie ermitteln muss. Unser Hauptprotagonist Zen Seizaki arbeitet zusammen mit seinen Assistenten Asohiko Fumio als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft des Bezirks Tokio. Die beiden stoßen auf eine Verschwörung über die bald durchgeführte Wahl einer autonom regierenden Zone im Westen Tokyos. Aber Leute, ihr kennt es sicherlich, wer zu viel weiß, muss beseitigt werden. In dieser Anime Empfehlung des Monats stelle ich euch den Mystery Thriller Anime Babylon vor. Diese im Oktober 2019 erschienene Serie ist für Leute, die ein großes Interesse an Kriminalfällen, Politik und Verschwörung haben. Ein in meinen Augen zu selten empfohlener Anime, der eine gut durchdachte Story hat. Zur Story. Eine Sonderermittlungseinheit, in welcher unser Zen Seizaki anhängig ist, führt bei einem Pharmaunternehmen eine Razzia durch. Es steht ein Verdacht, dass dieses Unternehmen bis zu vier Universitäten für ein neues Medikament bestochen haben. Nach der Razzia hat die Behörde erstmal viel zu tun. Alle Dokumente ordentlich sortieren und nach Hinweisen suchen. Zen findet durch Zufall ein blutverschmiertes Dokument von einer Universität, die in der Ermittlung noch nicht in Erscheinung getreten ist. Als die beiden den in dem Dokument erwähnten Professor einen Besuch abstatten möchten, finden die beiden nur den Leichnam. Angeblich Selbstmord. Zur selben Zeit läuft ein Wahlkampf und wie es aussieht, wird wahrscheinlich der einflussreiche Politiker Ruichiro Nomura die Wahl für sich beansprechen können. Der tote Professor hatte die Wochen davor regelmäßig Besuch vom Sekretär des eben genannten Politikers. Hat das alles irgendeinen Zusammenhang? Am Anfang hat unser Sonderermittler eher Misstrauen. Trotzdem möchte er ganz sicher sein. Sein Partner soll eine bestimmte Zielperson verfolgen. Doch wie am Anfang des Videos schon gesagt, man sollte seine Nase nicht überall reinstecken. Angeblich begeht auch sein Assistent daraufhin Selbstmord. Was steckt hinter diesen Selbstmorden? Etwa dieses neue Medikament? Und was ist eigentlich das wahre Ziel des neuen Politikers Nomura? Das erfahrt ihr, wenn ihr die Serie Babylon weiter anschaut. Dieser Anime bringt euch Folge für Folge immer mehr zum Nachdenken. Am Ende jeder Folge geschehen Dinge, die meiner Meinung nach nicht vorhersehbar waren. Und genau das macht den Anime auch so interessant. Gut, ich muss zugeben, am Anfang sieht es aus wie eine billige Version von Navy CIS, nur in einer japanischen Anime-Version. Aber spätestens nach zwei Folgen werdet ihr merken, dass es in der Serie um weit mehr geht, als um ein neues Medikament und dem Suizid begangenen Professor. Alle Infos zu dem Anime findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber was sagt ihr? Falls ihr den Anime Babylon gesehen habt, wie fandet ihr es? Ich für meinen Teil vergebe einen 9,3 von 10, da ich allgemein gerne Filme oder Serien anschaue, wo es entweder um Politik oder Verbrechen geht. Besonders bei Anime, wo man viel nachdenken will, wie zum Beispiel bei Death Note, faszinieren mich. Ich kann aber auch verstehen, wenn es einige von euch nicht so gut finden werden, wenn man eher ein anderes Genre gewohnt ist. Aber hey, gebt dem Anime eine Chance und sagt mir gerne, wie ihr zu der Serie steht. Da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!